Hey Leute, herzlich willkommen bei Einfach Backen. Schön habt ihr wieder eingeschaltet. Heute schauen wir uns den Unterschied zwischen einem Sauerteig und einem Lievito Madre an. Hast du sicher auch schon mal gehört, LM, Lievito Madre oder den klassischen Sauerteig? Da habe ich immer wieder Kommentare, du ich habe nur einen Sauerteig, kann ich auch meine LM nehmen? Wie spielen die zusammen? Was ist der Unterschied? Um das geht es heute. Vorne weg, es sind beide Sauerteige. Ich beginne hier einmal bei der Lievito Madre. Und zwar ist das ein italienischer Sauerteig, der meistens eine TA von 150 oder 160 hat, also etwas fester geführt. Gehe ich dann später noch einmal darauf ein. Und in der Regel mit hellem Weizenmehl gemacht wird. Das hilft mir, einen sehr triebstarken Sauerteig zu erreichen, der vielseitig einsetzbar ist. Natürlich auch in süssen Gebäcken, wie beispielsweise Panettone. Er ist sehr mild im Aroma und wird unterschiedlich gepflegt. Da gibt es auch unterschiedliche Ansichten, habe ich gesehen im Internet. Einige sagen, da kommt noch Olivenöl rein, andere packen Honig rein. Das kann man machen. Ich persönlich habe den mit Mehl, Wasser gezüchtet und noch einen Schuss Apfelsaft, wie ich halt meine Sauerteige ziehe. Hier der einzige Unterschied ist die Festigkeit. Es ist ein helles Weizenmehl, aber zu einem anderen Sauerteig, einem hellen Weizensauerteig, ist der einzige Unterschied die Festigkeit. Und natürlich auch die Eigenschaften, die sich daraus ergeben. Wenn ich jetzt mal den Sauerteig füttern würde, den Starter, dann habe ich hier beim normalen Sauerteig 100 Gramm Sauerteig, 100 Gramm Wasser, 100 Gramm Mehl. Also Teig aus Beute von 200. Beim LM nehme ich 100 Gramm alte LM, 100 Gramm Mehl und 60 Gramm Wasser. Einige nehmen nur 50 Gramm Wasser. Das gibt mir hier diese Festigkeit. Alles andere bleibt eigentlich gleich. Beim Sauerteig gibt es natürlich sehr viele verschiedene Varianten. Ich kann hier beispielsweise dunkles Mehl nehmen, Vollkornmehl nehmen, ich kann Dinkelmehl nehmen, ich kann Rockenmehl nehmen, ich kann sogar glutenfreie Getreide nehmen und mir einen Sauerteig züchten. Genauso kann ich das auch mit der LM machen. Einfach die Festigkeit ist anders. Dann ist es nicht mehr so die klassische LM, denn die ist in der Regel wirklich aus einem Weizensauerteig. Und LM oder Mutterhefe, Mutterteig, Madre, diese Begriffe hört man hier sicher sehr oft. Aber der Unterschied ist eigentlich nur die Festigkeit. Ein eher milder Sauerteig, sehr starker Trieb. Der Sauerteig hier ist im Gegensatz teilweise etwas aromatischer. Und die Krumenstruktur, was einige Hoffbebecker freuen wird, ist viel unregelmäßiger als mit einer Madre, wenn du damit backen möchtest. Dann kommt es natürlich auch noch darauf an, machst du eine Stufe, zwei Stufen. Aber das ist eigentlich der wesentliche Unterschied. Es gibt aber bei der Lagerung, bei der Fütterung auch noch Unterschiede. In Italien, wo die LM herkommt, gibt es drei verschiedene Methoden. Erstens, der Teig wird nicht so in einem Gläschen im Kühlschrank gelagert, denn das ist so die Hobbylösung, die wir zu Hause machen, weil es einfacher ist. Das ist die erste, sondern es gibt die zweite Lösung in einem Wasserbad. Dann nehmen Sie einen Topf, einen Kübel, Wasser rein und die Madre aus Kugel kommt dort rein und die schwimmt dann. So wird sie quasi konserviert. Warum ist das wichtig? Das Wasser hat einen pH-Wert von 7, neutral und verhindert, dass der Sauerteig immer säurer wird. Denn du musst dir vorstellen, vor allem Panettone-Bäckereien, das ist natürlich ein saisonaler Betrieb meistens. Und dann ist es so, dass Sie die Madre nicht immer regelmässig brauchen. Normalerweise wird die, während der Panettone-Produktion, gar nie in den Kühlschrank gegeben, sondern nur draussen aufgefrischt. Also draussen hier in der Küche, nicht draussen vor Ort auf der Strasse, sondern wenn ich sage draussen, dann meine ich die Küche und im Kühlschrank wäre dann im Kühlschrank bei kühler Temperatur. Die sieht eigentlich fast nie in den Kühlschrank und in der Zwischensaison kommt die dann in einem Wasserbad in den Kühlschrank, um die zu stabilisieren, zu neutralisieren. Einmal in der Woche wird sie nochmal aufgefrischt, aber nicht mehr täglich. Die zweite Methode ist die Salamitechnik. Da wird ein Tuch genommen, die Madre raufgegeben und richtig straff das Ganze eingerollt und mit Schnüren richtig unter Druck gesetzt. Das Wasserbad, wie auch die Salamitechnik, ist für mich persönlich zu Hause zu kompliziert. Darum, wie schon gesagt, kommt die einfache Lösung bei mir in Frage, Weckglas, Teig reingeben, im Kühlschrank haben, einmal in der Woche füttern, auffrischen, so kannst du die verwenden. Genau gleich wie eigentlich ein Sauerteig. Einige in Italien schneiden oben noch ein Kreuz ein, da habe ich die italienischen Bäcker gefragt, warum macht ihr das? Hat das einen Sinn? Die meisten Bäcker sagen, nein, das hat keinen Sinn, das ist mehr so der Glaube-Kreuz, eher so ein bisschen katholisch. Es soll mir schöne Panettone geben, müsste eher so ein bisschen dran glauben. Weiss ich nicht genau, was hier der Unterschied sein soll, ob man ein Kreuz einschneidet oder den einfach so gehen lässt. Sauerteig, wie schon gesagt, da kannst du natürlich verschiedenste, Mehl einsetzen, sieht man auch oft. Bei der Madre kannst du das teilweise auch, aber wenn man von einer Madre spricht, dann ist es eigentlich in der Regel ein helles Weizenmehl, das eine festere Festigkeit hat als einen Sauerteig, der eine TH hat von 200. Warum ist die Madre fester? Habe ich mich auch gefragt. Habe ich auch wieder Panettone-Bäcker gefragt und sie haben mir gesagt, ja eigentlich macht es schon Sinn, denn vor allem in so reichhaltigen Gebäcken wie jetzt Panettone, da ist sehr wenig Wasser drin, Feuchtigkeit, teilweise sogar nur Ei, sehr schwerer Teig mit Butter. Und sie haben mir gesagt, die Mikroorganismen gewöhnen sich eigentlich schon an ein Umfeld, bilden ein Milieu, wo sie mit weniger Wasser auskommen. War für mich noch aufschlussreich. Ob das wirklich so ist, kann ich nicht ganz belegen, ist aber für mich eine schlüssige Erklärung. Zudem ist die Madre hier triebstärker, was ich wieder haben muss, wenn ich so einen schweren Teig lockern will, ohne Hefezusatz. Das ist meine Meinung dazu. Da gehen die Meinungen auseinander, wie sich die noch unterscheiden. Lass uns diskutieren. Wie hältst du die auseinander? Bist du eher der Madre-Fan oder klassischer Sauerteig-Typ? Schreib es in die Kommentare, Ergänzungen, Anmerkungen. Herzlich willkommen, haut in die Tasten rein. Daumen hoch, wenn es geholfen hat. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, auch wenn es nicht geholfen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Bis zum nächsten Video, dein Marcel. bis zum nächsten Video, dein Marcel. Vielen Dank.